Guten Morgen, der 29. April in Herzberg am Harz vor der Commerzbank. Die SPD ist wieder unterwegs und verteilt rote Nelpen und andere Giveaways für die Leute zum Tag der Arbeit. Also immer mal wieder gucken, die SPD ist häufiger vor der Commerzbank, da kann man sich perfekt informieren. Menschen informieren sich in der Fußgängerzone vor der Commerzbank über die SPD und es gibt natürlich zum 1. Mai auch tolle Giveaways. Hier kann man also Beute machen. Es gibt Feuerzeuge, Kugelschreiber, Jojos und die rote Nelke. Seit 1889 ein Erkennungszeichen der Arbeiterklasse und auch immer ein sehr, sehr schönes Mitbringsel für Mama zu Hause. Also von daher würde ich mal ganz dringend sagen, kommen Sie nach Herzberg in die Fußgängerzone, überraschen Sie die SPD und lassen Sie sich informieren. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es geschafft, das Video bis zum Ende zu schauen. Vergessen Sie nicht, den Channel zu abonnieren und über einen netten Kommentar freue ich mich auch immer. Hier sind noch zwei Vorschläge, die jetzt unbedingt angeklickt werden wollen und ab und zu mal im Channel vorbeischauen.